Ladies and Gentlemen, es wird wieder Zeit für den Heidenzyk in GTA und heute haben wir wirklich besondere Fahrzeuge dabei, wie zum Beispiel einen getuneten alten Bentley, Leute, dann einen OP-BMW Keiwani Edition, einen AMG Super Tuning, Leute, guckt ihn euch mal an, und dazu noch einen Audi Oldschool, aber schönes Tuning, Leute, auf Oldschool angelegt. Und unser Gegner ist auch alt, nämlich Amir, das ist der Moment, wo du rauskommst und sagst, Servus, Leute, was geht, was geht, hello, hello, wir haben heute unsere geliebte Location, Hafen, aka Port, ich weiß nicht, Schiffswrackport, auf jeden Fall ist heute mal wieder ein Chameleon-Heidenzyk, und ich mag kein Heidenzyk, du darfst die Autos färben, wie du willst, verstecken, wo du willst, und ich würde sagen, wir schnacken nicht viel rum, denn es geht direkt los. Let's go, mein Lieber, ich fahr los, und hier, Leute, lasst ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr das Ganze feiert, und immer, weil, oh Gott, der Benz ist auf jeden Fall ein ordentlicher Drifter, aber schneller, oh Gott, der driftet brutal, oh mein, was? Der Audi ist gut. Der Audi ist gut, aber der Benz ist ein bisschen, sehr am Driften, muss ich ehrlich, oh Gott, wie der drum. Ich sag dir ehrlich, der driftet schon ein bisschen zu arg, ne, ein bisschen zu arg driftet der Mann. Egal, nichtsdestotrotz müssen wir ein gutes Versteck für diesen Benzer finden, und ihn natürlich auch schön herben, damit Armin nicht auf die Idee kommt, dass ich ihn hier verstecke. Die Frage ist aber, wo verstecke ich ihn? Was? Chameleon. Chameleon? Okay, okay, ja, Chameleon. Und sich Barkeitsheiden zieht. Ganz einfach, mein Lieber, ganz, ganz simpel und einfach. So, wo verstecke ich aber jetzt meinen Benzer? Benz, Benz, Benz. Wieso gibt's so viel Mühe da beim Benzer, Liga? Das ist ein volles Driftauto. Ja, aber ich find grad gar nichts, muss ich ehrlich zugeben. Ich tu mir grad ein bisschen schwer, aber jetzt hab ich so eine kleine Idee vielleicht. Obwohl, geht so. Hm. Ja, geht, hier müsste man halt gucken, dass man vielleicht ein bisschen gut die Farbe trifft. Ich weiß nicht, Leute. Könnten wir da eine gute Farbe finden? Oder nicht? Oh Gott, also der Benz ist echt nicht so einfach, sag ich dir ehrlich. Ähm. Nee, gefällt mir nicht so. Oh Gott. Also der gefällt mir eigentlich gar nicht gut. Und die Farben sind auch irgendwie komisch, nicht so passend. Aber ich lass ihn jetzt hier einfach stehen, Freunde. Und wir gehen rüber zum nächsten Auto. So, nächstes Auto nehme ich mal hier, diesen Oldschool Bentley. Crazy Tuning mit sogar hinten auf der Rückscheibe irgendein so'n Muster. Was ist da überhaupt drauf, Leute? Irgendein... Ich weiß es nicht. Aber sieht cool aus. Aber Farben tut er jetzt nicht so crazy, muss ich ehrlich zugeben. Ist jetzt nicht so crazy. Du bist crazy. Du bist crazy. Ich bin crazy. Ja, das kann sein, mein Lieber. Das kann sein. Das kann sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Die Frage ist aber, wo verstecke ich diesen Bentley? Und wie färbe ich den am besten so um, dass du den niemals findest? Ich weiß nicht. Gute Frage, nächste Frage. Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht mal... Nächste Frage. Du versteckst ihn in Bentley? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Oh, der ist aber nicht so geil. So, ich hab ne gute Farbe auf jeden Fall. So. Doch, er geht. Wir gehen jetzt hier weg. Geht er ab. Geht er ab, sagst du? Ja, wenn du Beschleunigung durch hast, dann ist er gut. Okay, gut zu wissen, Bro. Bro, Bro? Ja, sehr, sehr gute Information. Inwiefern? Ja, einfach so, Bro. Bro, Bro? Bro, Bro? Sehr gut. Sehr gut, Bro, Bro. Sehr, sehr gut, Bro. Okay. Ja, das ist doch einfach mal auch mal gut, würde ich sagen. So, okay, nächstes Auto, let's go. Also, jetzt werde ich den BMW K-Warni, hey, okay, der ist OP. Yo, wahrscheinlich wieder ein OP-BMW. Wieso in GTA sind immer die BMWs OP? Bei uns zumindest. Ja, weil ich frage ich aber wirklich auch. Warum? Immer die BMWs. So ein schicker, aber alter, der ist stark. Okay, der ist super. Boah, jetzt muss ich eigentlich einen super Versteck für den finden. Boah, ist der gut. Oh mein Gott. Alter. Boah, okay, der ist echt crazy. Boah, eigentlich muss ich so eine Drift-Challenge heute geben. So eine Drift-Challenge mit dem Benzer? Ja, ja. Ey, Benz driftet aber so richtig, so, es sieht geil aus, ne? Ja, ich will das jetzt auch gut kontrollieren. Ja, der lässt sich gut kontrollieren, es sieht geil aus. Es ist echt ein cooles Auto, muss man sagen. Aber, ich weiß nicht, wie gut er in den Challenges abschneidet, mein Lieber. Ich weiß es nicht. Aus diesem Grund muss man halt mal schauen, ne? Ah, der BMW, der macht halt, was er will. Der ist crazy, Leute. Der hat das drauf. Quasi. Der weiß. Oh Gott. Quasi. Oh Gott. Ich glaube, sogar mit dem BMW kannst du echt crazy Sachen anstellen in den Challenges. Oh, was ein Monster. Hast du explodiert? Fast Explodated? Wo verstecke ich den aber? Wo verstecke ich den BMW? 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 Äh, äh, oh. Wir könnten den auch einfach gar nicht verstecken und so tun, als wäre das so ein NPC-Wagen. Der sieht auch natürlich... Spass. Ähm. Ich könnte auch extra so ein leichtes Versteck nehmen. Und weil es so leicht ist, ist es vielleicht dann schwer. Weißt du, Spanner? Ja, jo, jo. Könnte klappen. Okay. Ich glaube, das könnte echt klappen. So. Okay, 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 okay. Wir müssen den jetzt hier noch ein bisschen besser machen, Leute. So, wir machen das kurz so. Und bevor Armin wieder mich irgendwie sieht oder so. Ja, ich gucke dir zu. Ich muss hier abhauen. Spektat player, spektat player, spektat player, spektat player. Okay. Spektat player. Spektat player. Leute, könnte klappen, müsste aber nicht. Let's go. Ich bin echt gespannt auf dich, mein Lieber. Du bist auch schon beim letzten Fahrzeug. Audi ist in Ordnung. Audi ist in Ordnung. Kann man machen. Solide. Solide Audi. Solide? Solide. 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 Solide Fahrzeug. Ein solides Fahrzeug. Ja, bitte. Mhm. Ja. Oh, gut. Gutes Versteck. Alter, ist der BMW krass. Alter, ist der BMW krass. Also, ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Audi nicht in eine Challenge gegen den BMW nehmen würde. So, kurz gesagt. Würde ich nicht machen. Aha. Aber ich habe auch jetzt schon mein letztes Versteck. Ich werde jetzt nur noch das Auto passend färben. Und dann passt es eigentlich. Ich sage euch ehrlich, ist jetzt nicht das krasseste Versteck. Könnte klappen. Und ich würde sagen, let's go. Und wir warten auf Amir. Okay, Bro, du hast alles Versteckt. Ich würde sagen, 3, 2, 1, 10 Minuten ab jetzt. Let's go. So wie dich kennen, hast du bestimmt was an deinem Schiff gehangen. Ja, vielleicht. Vielleicht ist aber auch nicht ganz. So, wir fragen natürlich heute auch mal wieder schöne Fragerunden, mein Lieber. Das bedeutet, soll ich anfangen? Keine Ahnung, wie du willst. Okay. Hast du was an einem Schiff dran oder drauf? Nebendran? In der Nähe, ja. In der Nähe. Das heißt, du hast wieder was irgendwo dran gehangen. Ach, Amir. Oder du machst wieder irgendwelche Taktiken mit deinen Falschaussagen. Du bist schon so... Ich hab auch auf Niko gefunden. Echt? Ich dachte. Ach so. Okay. Hast du aber nicht, mein Lieber, oder? Ne. Du bist nämlich ein Oktopus. Wie das Schiff hier heißt. Okay. Irgendwie an einem Schiff dran. Das ist schon mal eine gute Frage. Hast du die Frage beantwortet? Ich hab nichts an einem Schiff dran drauf. Ekelhaft. Wieso? Einfach so. Weil du eine Frage stellst, die ich mit Ja beantworten sollte in deiner Traum. Ja, du magst aber Schiffe. Ich weiß auch nicht, wieso. Jedes Mal irgendwas so ein bisschen Schiffsding dran. Ja, ja. Ich geh jetzt direkt zum anderen Schiff und hol mir dein Ding. Hol mir dein erstes Auto einfach. Ich hol's mir gleich. Gleich ist es soweit, mein Lieber. Du darfst aber eine Frage stellen, die was an. Was ist denn im Trier versteckt? So ein Gebäude? Nein, du? Nö. Okay. Ich muss gerade überlegen. Ein bisschen kurze Zeit unsicher, aber ich hier bestimmt jetzt am Schiff schön dran, hinten denkt vor. Hä? Nee, am Schiff? Binden dran, so wie. Nee, hab ich gesagt. Gott, ich fliege auf jeden Fall jetzt ins Wasser. Oh Gott, ich muss mich retten. Gott, Alter. Aber wir durften nichts irgendwie extra spawnen oder so, ne? Dürfen durftest du schon. Also kann sein, dass du irgendwo was extra gespawnt hast. Also ich kann... Und extra nichts gespawnt. Ich kann so sagen, ich hab nichts extra gespawnt, um mein Auto zu verstecken. Also ich hab alles, wenn du so wie es ist. Aber vielleicht hab ich eine Kleinigkeit gespawnt, um es ein bisschen unsichtbarer zu machen. Also man sieht's trotzdem, aber... Also das Auto ist nicht in irgendwas gespawnt, was ich gespawnt habe, versteckt oder so. Aber ich hab etwas gespawnt, um es noch besser zu verstecken. Zum Beispiel, wenn es in einem Busch war, vielleicht nochmal ein extra Busch, so zum Beispiel. Checkst du? Ah, Digga, du bist so ekelhaft. Verstehst du, wie ich meine? Naja, du bist ekelhaft, Digga. Dein Schiffsding, was ist das denn? Ja, selber schuld. Kannst du mal deine Alar... Bei dir ist nur Polizei und alles da. Ich glaub, die wollen nicht einfach verhaften jetzt mal. So. Ich hab angerufen, weil du ein Cheater bist. Ich hab das sogar voll offen beantwortet. Ich hab doch sagen können, ich hab was gespawnt, wie zwischen LKW und dann reingemacht oder sowas. Hab ich nicht. Hä? Dein... Dein... Linger... Schiff check ich nicht. Das glaubt mir grad viel zu viel Zeit. Ey, ich hab gesagt, in der Nähe. Ich hab gesagt, im Chef oder am Chef oder in der Nähe. Alter, was ist das denn für ein Callout? Das war ja gar nicht die Fragestellung. Ich hab euch halt auch Nein sagen können. Ah, ich hab's. Ich hab was. Hier auf dem Kran, den Audi. Geiles Versteck, aber auch schön grau gefärbt. Wow. Das war gut. Das war das. Nice. Also, ich muss sagen, das war geil versteckt. Das war richtig schön gefärbt zum Kran. Das war... Nice. Okay. Er ist das Auto gefunden, Bro. Chameleon ist auf jeden Fall immer ein bisschen schwerer. Da muss ich aber sagen, hatte ich jetzt gerade ein gutes Versteck. Audi war meins. So, okay. Jetzt geht's mir besser. Ich bin dran mit Fragen, oder du? Äh, du. Hast du was am Wasser? Ja. Okay. Aber das... Du? Nein. Das wäre jetzt zum Beispiel, wo ich dachte, du hast so was am Schiff so dranhängen. Hm. Okay. Am Wasser ist schon mal gut. Da muss ich ein bisschen besser die Ränder abschauen. Aber habe ich bis jetzt gut getan. Schön die Ränder mitnehmen. Die Ränder, Ränder, Ränder. Digga, ich habe gerade kurz nachgeguckt, den einen versteckt von mir. Ja. Äh, der Rolls-Royce. Der ist auf weiter sich unsichtbar. Da musst du näher rangehen, der entscheidend. Oh mein Gott, stimmt. Also, das habe ich auch bemerkt, als ich vorhin mit dem Auto weggefahren bin. Ähm. Oh, das wird ja OP schwer sein, den zu finden. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vielleicht unmöglich ist Versteck. Vielleicht aber doch möglich. So, aber guck mal, bis jetzt muss ich sagen, es ist schon viel Zeit vergangen und du hast noch nichts gefunden von mir. Schämst du dich ein bisschen? Schämst du dich ein bisschen? Bin ich heute zu gut für dich? Sag mal ehrlich, ich bin heute einfach zu gut für dich. Ja, du hast ja Glück gehabt mit deiner Frage, ne? Mit dem Schiff? Ja. Ja, okay. Du darfst jetzt auch fragen. Ähm. Hast du also was im Buschversteck? Nein. Digga, was hast denn du gespawnt, alter? Das ist wieder so unfair, Leute. Soll ich dir sagen, was die gespawnt haben? Was denn? Ähm. Holz. Oh, hier ist viel Holz. Es ist Holz im Haus. Holz im Haus. Ich finde gerade nichts. Es ist Holz im Haus. Holz im Haus. Okay, Bro, ich sag dir ganz ehrlich. Also, bis jetzt. Digga. Was? Du bist der größte Lügner EU-West. Weißt du das? Was denn? Du hast etwas in dem Container in dem Interieur versteckt. Aber den Container hab ich nicht gespawnt. Ja, Bro, aber du hast da in dem Interieur. Ich hab schon gefragt, du hast ein Gebäude drin, dass du sagst nein. Ja, aber ich war verwirrt. Deswegen hab ich ja so lange gedauert. Ey, Bro, das ist unfair. Deswegen hat's ja so lange gedauert mit dem Frage beantworten, Bro. Ja, aber das ist unfair, wenn du mir die Frage falsch beantwortest. Ich hab aber sogar Holz als Tipp gegeben, Bro. Ja, aber ich hab dich doch vorher gefragt, im Interieur weißt du, wie Holz draußen rumfliegt. Ich hab, glaub ich, ein Auto gesehen, Bro. Von dir. Warte. Oh mein Gott, ich hab's. Der Benz zwischen zwei Containern auf dieser einsamen Insel. Oh mein Gott. War das für Versteck gut oder sonst für Versteck abgestimmt? Ich fand den gut, weil ich auf die Insel eigentlich nicht fahren wollen würde. Ich bin da gerade vorbeigefahren, weil ich das Wasser abschaue. Und dann hab ich das so durchflackern, sehe ich Container ein bisschen. Da dachte ich so, hä, was ist das zwischen den zwei Containern? Aber. Richtig, zwischen den zwei Containern. Container ist gut, Bro. Ich sag dir ehrlich, Container ist gut. Wir haben vielleicht ähnliche Gedanken gehabt mal. Beim Benz. Zeig ich so, guck mal, ich bin sogar so korrekt. Zeig ich so, wir hatten vielleicht ähnliche Gedanken beim Benz. Ja, Bro, ich bin schon so mit Containern gefahren, das war mir so klar. Wieso? Wieso war dir das klar? Weil du das beim ersten Mal schon gesagt hast. Wann? Ja, gerade eben. Aber du sollst nochmal wiederholst hast. War schon auf dem Weg hin. Ja auch. Ist schon mal wieder dazwischen? Vielleicht dazwischen, vielleicht auch im Container drinnen. Container ist heute das richtige Stichwort. Boah, ich sag dir ehrlich, trotzdem tue ich mir schwer. Zwei Autos gefunden, was eins gefunden hat. Am Wasser, 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 oh, das wäre auch so ein Army-Ding. Oh mein Gott. Oh, ich habe ein Auto gefunden. Ich auch. Oh mein Gott. OP, BMW, am Wasser, wirklich, Ullbahnwasser. Beim Schilf. Das ist das Wasser-Ding gewesen. Ja. Oh mein Gott. Ey, ich glaube, hättest du den nicht so hellblau gefärbt, sondern irgendwie dunkler hätte ich den nicht gesehen. Ja, aber ich wollte den extra, ich wollte jetzt nicht zu krass ekelhaft werden. Weil ich bin aufs Schiff gegangen und wollte dann wieder runter vom Schiff mäßig. Und habe den gesehen, so durchleuchtend. Ich glaube, wäre das so dunkel, wäre schwer gewesen. Ja, ich wollte nicht so ekelhaft sein, Digga, aber das wäre glaube ich dann schon zufrieden. Okay, aber ich bin zufrieden, ich habe schon drei Fahrzeuge und das OP-Fahrzeug. So, ich suche, du bist sicher, dass du kein Auto mein Interieur drin hast, ne? Ja. Du hast zwei Autos. Okay, ich frage jetzt auch mal was. Hast du dein letztes Auto, ist das erhöht? Äh, auf dem Dach drauf, ja. Auf dem Dach drauf? Ja. Auf was für ein... Okay, okay, okay. Der Dach ist gut. Guck mal, ich kann dir auch sagen, ich habe auch etwas erhöht. Dach. Ja, kann man sagen. Komm, wir sorgen, ja. Du hast was auf dem Dach, das heißt, ich gehe schön... I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Bestimmt hast du sogar das auf dem Anfangsdach versteckt. Einfach schön auf dem ersten Dach, weil du denkst, so, ja komm, da guckt er eh nicht auf locker. Und weißt du, was ich mache? Ich gucke natürlich da vorbei. Ah, ah. So. Ich gucke jetzt da vorbei. Schön aufs Dach. Und es ist... Oh mein Gott, ich hab's. Ach, der, du bist so eklaff. Ich hab meine Autos. Oh, hier muss ich auch noch zwei Suchen jetzt gefunden, Leute. Verdammt. Das ist mir so ein schlechter Schauspieler. He, 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 he. Okay, es ist auf jeden Fall nicht auf dem Anfangsdach. Aber Dach, Dach, okay. Nett, nett, nett. Ich will dich nicht jetzt, aber wir haben nicht mehr allzu lange Zeit, um etwas zu finden, Freunde. Okay, Bro, ich sag dir ehrlich... Ja! Oh, P, 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 gefunden! Nein! Boah, das war ein gutes Versteck. Nein, ich hab das so schön versteckt. Das war so unauffällig. Das war echt gut. Oh mein Gott, wieso findest du den? Nein, ich sag dir ehrlich, ich fand das Versteck mega. Ist das ein erhöhtes Versteck da gewesen? Es ist auf jeden Fall erhöht, ja. Ey, Mann, ich hab noch ein erhöhtes, ja. Aber die Zeit ist auch jetzt abgelaufen. Mann, wie bitter. Ich hab's so schön, genau beim Polizeirevier, äh, beim Polizeirevier, bei den Polizisten, schön schwarz an die Dinger, ne? Abgewiss mal zu mir. Das ist doch kein Dach. Doch. Das ist sehr voll editiert, wenn du Dach sagst. Erhöhte Position ist ja besser, als wenn du sagst, Dach. Das ist eine Brücke. Wow. Wow. Also das ist... Das ist eine geile Farbe, oder? Ja, das ist die Farbe, ist gut. Meins ist auch tatsächlich auf dem Dach. Komm her, port dich zu mir. Hier. Hä? Hier, links neben dran. Siehst du's nicht? Boah, komplett am Rand, ey. Ich guck grad. Alter, Dach, sagt er. Das ist ja komplett am Rand. Er sagt, Dach. Er sagt, Dach, wie komplett am Rand. Wie komplett am Rand. Das ist ja übel gut am Rand, ja. Aber deswegen ist dieser geil. Das ist gut. Okay. Ich würde sagen, ist in Ordnung. Haben wir die gleichen... Nein, du hast... Ich hab den Audi... Ich hab Rolls-Royce, du hast Audi. Okay, wir fangen an mit dem Rennen. Jetzt ist halt die Frage... Oh, nee, Sumo Battle. Aber jetzt Sumo Battle, da ist halt die Frage... Ja, ne, ne, stehen. Aber das Ding ist, ich sag dir, ich nehm den auch. Wir machen heute einen Kopf-on-Kopf-Battle. Let's go. So, wie du willst wechseln. Die, wenn du BMW 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 und schaffst ja. Okay, dann nehm ich den Audi. Okay, dann let's go. Let's go zur Sumo Battle Map. Ich bin... Ich brauch mich da hin. Also, Obst auch zu vergessen. Okay, so, let's go zur Sumo Battle Map. So, wir sehen uns gleich dann dort. Perfekt. Das geht. Ey, Bro, ich werd das jetzt nicht machen. Nee, ganz ehrlich. Ich mach jedes Mal, tue ich das dann nach... Nö. Dann geht das Video... Entweder wir nehmen beide das Ding, aber mit wechseln gibt's nicht. Entscheide dich jetzt und das musst du nehmen. Okay, du auch, ja? Ja, okay. Du fängst an. Okay, hast du entschieden? Nee, du fängst an. Nein, 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 nein. Ja, weil du die ganze... Ja, du machst es ja abhängig. Du springst von Auto zu Auto. Du machst auch abhängig. Ich hab grad gesagt, komm, wir machen ein dickes Try-Hard-Battle. Dann bist du... Ja, komm, Try-Hard-Battle, Digga. Du weißt, warum du es machst, weil du weißt, dass der Audi besser ist als der Rolls Royce. Weiß ich nicht. Kann auch andersrum sein. Ja, doch, das einzige Grund. Weiß man nicht, sag ich dir ehrlich, weiß man nicht. Doch, weiß ich. Weiß ich nicht. Aber hier ist doch ein fernes Battle jetzt gerade. Aber ja, Vehicle-Gott-Mode raus und dann heißt es Sumo-Battle mit dem BMW. Wir haben beide gleich starkes Auto. Jetzt wird sich's rausstellen, wer ist vielleicht schlauer. Okay, bist du ready? Drei, zwei, eins, go. Wir machen sogar nur ein Best-of-One, weil ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Alter, okay, aber manchmal fliegt der eine ein bisschen komischer weg. Okay. Okay. Man kann schon auf jeden Fall was machen hier. Oh mein Gott. Oh mein... Oh, das ist ja kein Sinn, wie die fahren, ne? Doch, 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 doch. Also, meinst du, wie die abprallen? Manchmal prallen die voll komisch ab, ne? Ja. Dega. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Nein, schon wieder. Bro, die sehen so kaputt aus. Kann es sein, dass hier so lange machen, bis einer kaputt ist? Dega, ey, es war so klar, dass wieder so ein Kopfschmerz-Battle wird. Ja, aber das ist ja das Lustige. Oh. 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 Ach, Mann, Alter. Okay. Oh mein Gott. Manchmal, die Dreher sind echt random. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Nicht. Nee. Oh. Oh mein. Da habe ich dich aber gut verclayed, ne? Ja, aber im Endeffekt, keinen Schaden davon getragen. Bro, das Ding ist die... Ja, Bro, das Battle ist so dumm. Ja, und? Ist doch spannend. Deswegen nur ein bester von. Ich glaube, unsere Autos gehen bald kaputt. Sollen wir mal Spaß-Vehikel-Helfern machen kurz? Um zu gucken? Nein? Bro, die sehen gar nicht mehr gesund aus. Ja, ja, ja. Oh, ist das ein Try-Hard-Battle? Ist das ein Try-Hard-Battle? Bro, die machen auch so schon komische Knitzer-Geräusche, als würden die gleich auseinanderbrechen. Meiner raucht. Meiner raucht. Meiner raucht. Meiner nicht. Wie, deiner raucht nicht? Wieso raucht meiner? Wieso? Weil deiner schlecht ist. Das kann doch nicht sein. Ich rauche einfach. Ich rauche. Und gegen die Bombe. Ja, kommt doch. Hä? Okay. Das Ding ist, ich rauche, Bro. Ja, Bro. Guck mal, wie er sich darf. Oh, Leute. Was? Oh mein... Hä? Was? Ich habe gerade so immer so gechokt. Und du wirst einfach gegen die Raketen und es passiert nichts. Was ist das denn für ein Random Move? Okay. Nochmal. Rakete. Ja, bei mir explodiert sie. Ich wollte die Eimer nur einmal anstupsen. Bro, wie ist es möglich? Du bist voll Karacho dagegen gefahren. Nein, nein, das war kein Sinn. Let's go zum Random. So, wir kommen jetzt schön zum Random, mein lieber Freundchen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob deiner besser ist als meiner. Ich sage dir ehrlich. So, mach mal die Karte auf von hier aus. Und markier die Staatsbank einfach. Heute war es so Staatsbank. Bist du ready? Drei, zwei, eins, go. Oh, deiner ist besser. Oh, nee. Nee, ich komme mal. Naja, Bro, es ist immer das gleiche mit dir. Ja. Mehr als Ram kannst du nicht. Du bist kein besserer Autofahren fahren. Du bist einfach nur Rammer. Bro, im Endeffekt, wer ist gerade explodiert an der Rakete? Ich. Und wer ist davor dagegen? Mit voll Karacho reingefahren? Du, also, zum Thema irgendwas musst du dich gar nicht beschweren. Du kannst auch einfach hier... Nee, du warst eh schon am Rauch und du wärst eh kaputt gegangen. Nee, nee, nee. Doch. Nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte ich dich outplayed und du wärst mit mir explodiert und dann wärst ein Unentschieden. Nee. Und dann wär ich zu fliehen damit. Nee. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich nehme diesen Punkt jetzt mit Herz mit, weil ich glaube, das Shoutout Drift Battle wird auch lustig sein. Das wird einfach... Das ist ja nicht lustig. Wir waren ja Mercedes, ne? Ja, das wird so richtiges... Aber vielleicht wird dadurch ein richtig schöner... Ja, die NPCs, ne? Die wechseln die Streife ganz rechts frei. Und kurz bevor ich überhole, dann gehen die erst rüber. Ja, aber das ist gut für mich. Ich sag dir ehrlich. Aber guck mal, das Lustige ist, ja, dann... Wir werden heute vielleicht einen richtig schönen Headshot Battle sehen. Einen richtig schönen Kill. Mach noch nur ein Best of One. Jetzt hier, schön Karacho, jetzt die Street du ich gerade aus. Ich glaube, der Punkt ist auf jeden Fall... Sicher? Vielleicht auch nicht. Nein! Wieso bist du schon hier? Wieso bist du schon hier? Oh mein Gott. Das macht keinen Sinn. Ich war eine Stunde vor dir. Eine Stunde vor dir. Du hast gecheatet. Ich habe übel Speed. Ach, Digga. Sei ruhig. Niemals. Ich schwöre auf alles. Niemals. Ich schwöre auf mein Auto. Nach diesem Crash, ich bin flawless gefahren. Mein Auto war schneller als deins. Wieso warst du plötzlich hinter mir? Ich bin einmal gecrashed. Bro, ich war die ganze Zeit zu 100, 200 Meter von dir weg. Und du sagst die ganze Zeit NPCs, NPCs. Also ich sage ehrlich, dann nächstes Mal muss man mit Aufnahmen machen. Ganz ehrlich. Aber jetzt, Shoutout Battle, gebe ich dir dafür einen Headshot. Also ich bin immer noch der Meinung, irgendwas ist schiefgegangen, aber 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, driftet er. Wenn es auch schiefgegangen ist, dass du zu schlecht warst. Bro, ich habe dich am Anfang so weggecrashed, bin flawless durchgefahren. Plötzlich bist du hinter mir auf den. Oh mein Gott, wie es driftet. Oh mein Gott. Oh mein. Kann man überhaupt kaputt schießen? Ich kriege bei dir ja nichts Rotes. Ja, bei mir auch nicht. Warte, bleib mal stehen. Wollen wir mal ganz kurz das Vehicle. Warte mal, Gehikel, Warte mal, Gehikel, Warte mal, Gehikel, Warte mal, aus. Mach mal, Gehikel, Warte mal, Gehikel, Warte mal, aus. Ja, schieß mal. Was? Okay, dann würde ich, wir machen folgendes. Vehikel, Gottmode, aus. MP, wer als erstes das Auto kaputt macht. Du darfst einmal reparieren. Und du darfst ein Micro-MP nehmen, egal. Micro-MP machen wir einfach. Okay? Wir machen jetzt einfach, wer als erstes das andere Auto zerstört. Warte mal, Gottmode, kannst du auch bei mir? Du gehst ja eh nicht an. Okay. Okay, let's go. Heute mal ein anderes Battle. Keine Ahnung, dass du Ben so gedingert. Digga. Digga. Ich hoffe, du hast nachladen an und so, ne? Ja, 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 ja. Da ist die Frage, wo schießt man am besten hin, damit das Auto schnell kaputt geht. Schön Richtung Tank oder Richtung Vordere, Motor. Das ist halt die Frage. Digga, das Auto hält auch auf. Du verletzt, glaube ich. Du brennst schon. Jawohl, ich habe die ganze Zeit nur nach hinten geschossen. Ich habe es nur nach hinten geschossen. Das ist die Meter bei dem Auto. Ja. Nur nach hinten geschossen. Nichtsdestotrotz, Freunde. Wir würden sagen, Armee gewinnt das Battle. Unverlassen. Like da. Abonnieren. Und bis zum nächsten Video. Ciao.